Die Begriffe Schlägel oder Klöppel finde ich ziemlich unglücklich gewählt, denn weder schlage ich meine Klangschale noch kloppe ich auf ihr drauf rum. Leider sind mir dazu keine besseren Begriffe eingefallen, aber ich benutze ganz bewusst die Begriffe anspielen und nicht anschlagen, denn Klangschalen sind Instrumente, die einen sehr achtsamen Umgang erfordern und deswegen ist es mir wichtig, das nochmal zu erwähnen. Kommen wir also zu den zwei verschiedenen Klöppel oder Schlägeln, die wir benutzen für die Klangschalen. Das eine ist der Filzklöppel, der hat einen sehr hart gefilzten Kopf, den gibt es in zwei Größen. Es gibt zwar auch mehr Größen oder auch verschiedene Klöppelstärken, ich finde aber, dass die zwei reichen, denn wenn du differenziertes Spielen lernst mit den zwei Schlägeln, dann brauchst du nicht noch einen dritten und einen vierten und einen fünften, sondern als Filzschlägel reichen die zwei wirklich aus. Tendenziell kann man sagen, die großen Schläge bringen mehr die Basstöne hervor und die kleineren Schläge bringen eher die hohen Töne zum Tragen. Wenn du jetzt nur einen Schläge haben möchtest für deine Klangschale, müsstest du dir natürlich einen Schläge suchen, der beide Töne ungefähr gleich stark zur Geltung bringt. Aber ich empfehle grundsätzlich durchaus die zwei verschiedenen Typen, weil du dann viel flexibler bist und mehr Spielmöglichkeiten hast. Wenn du aber jetzt nur einschlägeln möchtest, dann zeige ich dir mal ungefähr, wie so das Größenverhältnis sein sollte von Schale zu Schläge. Bei der Klangschalengröße ist zum Beispiel die Schlägegröße ganz gut geeignet. Ich spiele es auch mal kurz an. Ja, also ich höre einen sehr schönen Ausgleich zwischen hohen und tieften Tönen. Ich spiele es noch mal kurz ein bisschen stärker an, einfach um das für das Video besser hörbar zu machen. Für eine Schale in der Größe würde ich dann eher den kleineren Schläge benutzen. Ich spiele die mal kurz mit dem Großen an, damit man auch mit dem Unterschied ein bisschen hört. Ich weiß nicht, ob es bei euch hörbar ist, aber die hohen Töne waren jetzt nicht so deutlich, da es waren jetzt eher die Basstöne, die ich rausgehört habe. Die zweite Variante sind die lederumwickelten Holzschläge. In der Größe hier braucht man die für Schalen circa in der Größe oder kleiner. Die gibt es natürlich auch jeweils noch ein bisschen kleiner. Und zwar sind die notwendig, weil diese kleinen Filzschläge hier nur einen Teil der Töne wiedergeben. Also das war jetzt ein sehr hoher Ton. Die Basstöne waren jetzt gar nicht so draußen. Wenn ich das aber hier mitmache, habe ich ein viel volleres Klangbild. Also für diese kleinen Schalen sind wirklich diese Klöcke nötig. Und da wäre es auch wichtig, dass man wirklich sehr gut übt. Ich erzähle da später noch ein bisschen detaillierter, warum das wichtig ist. Für die größeren Schalen gäbe es dann diese Klöppel hier. Die empfehle ich Anfängern aber nicht. Und auch dazu erzähle ich später nochmal mehr, warum das der Fall ist. Was gar nicht geht. Niemals, bitte, bitte nie, niemals. Ich weiß zwar nicht, warum die Dinger verkauft werden, aber diese reinen Holzklöppel, die gehen gar nicht. Also, ich spiele es euch mal vor. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut man das bei euch hören kann. Das hat beim Anspielen, also da kann man echt von anschlagen reden, so einen ganz schrillen Ton dabei, das ist ganz unangenehm, finde ich. Also da rollst du mir die Zähnäge hoch. Ich kann es nicht anders formulieren. Also bitte niemals reine Holzschläge benutzen. Wenn ihr sowas irgendwie habt, weil die gab es halt irgendwie dazu, dann nehmt euch doch ein Stück Windleder oder auch Kunstleder. Oder vielleicht findet ihr auch eine andere Stoffvariante, die ihr jetzt mal so improvisiert drüber kleben könnt. Das ist auf jeden Fall noch besser als dieser Sound. Du solltest wissen, dass die Klänge, die du spielst, von Zuhörern oft lauter wahrgenommen werden als von dir selbst. Als erstes zeige ich dir, wie du die Klangschale mit einem Filzschläge anspielen kannst. Dazu kannst du den Filzschlägel entweder senkrecht halten oder auch waagerecht. Das Spielprinzip ist das gleiche. Mit dem Filzschläge wird unterhalb der Innenkante wie auch der Außenkante circa ein Fingerbreit auf dieser Fläche hier und auch innen circa hier so in dem Bereich wird angespielt. Das heißt, der Schlägel kommt mit dem Mittelpunkt des Schlägelkopfes auf Höhe der Anspielfläche. Es wird so ein, zwei Fingerbreit Abstand geheizt zur Schale und dann angespielt. Innen dann genauso der Mittelpunkt des Schlägelkopfes auf Höhe der Anspielfläche kurz innehalten und anspielen. Das kann jetzt mit verschiedenen Anspielstärken, sprich Lautstärken, geübt werden. Hier jetzt also einmal mit mehr Schwung. Was es mit den unterschiedlichen Anspielstärken zu tun hat, das erkläre ich dir später. Jetzt erst mal zum Anspiel mit dem lederumwickelten Holzschlägel. Mit dem lederumwickelten Holzschlägel spielen wir jetzt nicht außen oder innen an der Klangschalenwand entlang, sondern direkt im 45-Grad-Winkel zu der Außenkante beziehungsweise zu der Innenkante. Auch hier wird mit kurzem Abstand vor der Außenkante innegehalten und wirklich sehr sacht angespielt. Das gleiche auch an der Innenkante der Schlägel wird mit etwas Abstand zur Innenkante gehalten und angespielt. Und wie gesagt, gerade hier mit diesen Holzklöppeln sachte anspielen. Wenn man das so macht, klingt das sehr schön. Das erfordert aber wirklich einiges an Übung, um das so kontrolliert spielen zu können. Das ist jetzt schon viel lauter. Es ist aber, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, es ist einfach ein komprimierterer Klang als mit den Filzklöppeln. Deswegen, also so spiele ich eigentlich fast nie, also ganz selten mal im Klangkonzert. Die geht ja 90 Minuten, da spielt man ja auch mal 10 Minuten am Stück Klangschale oder so. Und ich fange aber trotzdem meistens mit den Filzklöppeln hoch. Jetzt habe ich da den. So. Das ist eigentlich noch ein Tipp, den ich euch geben möchte, wenn euch das gerade so passiert wie mir, dass ihr aus Versehen an eine Klangschale kommt und die klingt dann ganz eklig. Dann nehmt ihr euren Finger und streicht an der Wand entlang. So kann man den schön sachte abbremsen, weil wenn man das nämlich irgendwie so hat und macht dann so, dann ist der sofort weg und da ist dieser Kontrast so groß, dass es unangenehm wird. Gerade wenn du eine Meditation machst oder so, kannst du damit Leute echt rausbringen. Aber wenn du dann einfach sanft streichst, ich mache das jetzt nochmal wirklich als Beispiel, und streichst hier entlang, dann geht der sachte wieder. Also das ist ein super Tipp. Wo war ich gerade? Ja, Klangkonzert. Also ich spiele die, wie gesagt, eher wenig, weil die sehr laut sind und sehr stark und sehr mächtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Klangschale in einem Klangkonzert mehrere Minuten spiele, dann kommt es schon mal vor, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich gerade mal ein bisschen dynamischer spielen, das passt jetzt gerade zur ganzen Situation. Da spielt vielleicht noch irgendwie ein Didgeridoo mit oder man hat vorher getrommelt oder so, das passt dann, ja. Aber wenn man jetzt wirklich was Sanftes macht, dann sind die, finde ich, gar nicht geeignet. Oder du musst wirklich in der Lage sein, ganz, ganz sanft zu spielen. Aber auch dann, auch wenn du das sanft spielst, ist das trotzdem noch mächtiger, als wenn du das sanft hier mit anspielst. Oder auch stärker hier mit anspielst. Es ist einfach viel weicher, der Klang. Und viel angenehmer. Und der Klang. Und der Klang. Und der Klang.